Der Mittelrhein-Marathon am 2. Juni 2012 und junge Handwerker im Spitzensport, das sind Themen in dieser Ausgabe von HWK TV. Wenn am 2. Juni der Startschuss zum Mittelrhein-Marathon fällt, gehen beim 10-Kilometer-Lauf des Handwerks auch Läufer wie Michael Bocklet an den Start. Der Karosserie- und Fahrzeugbauermeister aus Koblenz bereitet sich bereits jetzt auf die sportliche Herausforderung vor und nutze das jüngste Angebot der Handwerkskammer Koblenz zum Motivationsseminar mit den erfahrenen Läufern Ute Simon Adorf und Mirko Dreiser. Die beiden Extremsportler brachten Erfahrungen und Bilder mit, die sicher beim Mittelrhein-Marathon auf keinen Läufer warten. Doch ob Alpenüberquerung oder 10 Kilometer am Rhein, Laufen ist auch Kopfarbeit. Mentale und sportliche Fitness standen im Mittelpunkt des Motivationsseminars. Und auch wenn Mirko Dreiser heute Extremstrecken wie die Alpenquerung in wenigen Tagen oder 100 Kilometer-Läufer absolviert, auch er fing mal mit kleinen Schritten an und findet die richtigen Worte für sportliche Handwerker beim Mittelrhein-Lauf an den Start zu gehen. Wie ich mit dem Laufen angefangen habe, war es dann natürlich auch so, dass man mit kleinen Schritten anfängt. 10 Kilometer-Laufen ist eine tolle Sache, gerade hier in Koblenz, wo die Handwerkskammer auch natürlich angesiedelt ist. Und es kann natürlich auch hilfreich sein in seinem beruflichen Leben. Der Handwerker muss schwer arbeiten und kann natürlich über das Laufen einen tollen Ausgleich finden. Von daher würde ich sagen, Schuhe anziehen und einfach loslaufen. Einfach loslaufen, das nahmen die über 100 Teilnehmer des Motivationsseminars bei der Handwerkskammer wörtlich und schnitten die Laufschuhe. Bei winterlichen Temperaturen und Sonne satt ging es am Rhein entlang durch den Wintertag. Für Michael Bocklet ein willkommener Ausgleich zum Arbeitsleben in seinem Koblenzer Unternehmen, in dem Expeditionsmobile entstehen, die ihrerseits Extremstrecken unter die Räder nehmen. Beim Sport, beim Laufen ist es ähnlich wie im richtigen Leben, wie im Berufsleben. Man muss einfach Ziele haben. Und so wie für mich bei diesem Mittelrhein-Marathon dieses Jahr das Ziel ist, in einer anständigen Zeit ins Ziel zu kommen, so ist für mich auch immer Ziel, tolle Autos zu bauen, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden mit diesen Autos weite Ziele erfahren können. Ich freue mich immer wieder, wenn ich eine E-Mail von irgendwo von dieser Welt bekomme und ich sehe und höre, was unsere Kunden mit ihren Autos alles anstellen, was sie erleben, welche Menschen sie kennenlernen. Das ist ein tolles Gefühl. Was hier entsteht, geht weltweit auf Reisen. Bocklets Mobile überqueren die Anden oder durchfahren die Sahara. Es sind Ausdauersportler, die im Handwerksbetrieb in Form gebracht werden. 20 Mitarbeiter bauen hier in reiner Handarbeit hochwertige Fahrzeuge, darunter auch Lehrlinge, denn Ausbildung wird dem Unternehmen des Obermeisters großgeschrieben. Ausbildung und Spitzensport, das verbinden auf beeindruckende Weise auch Max Pähler und Katharina Stube. Beide absolvieren seit September 2011 ihre Ausbildung bei der KEWAG. Max zur Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik, Katharina zur Kfz-Mechatronikerin. Neben ihrer handwerklichen Laufbahn sind beide als Sportler erfolgreich. Max in der Ski-Alpin-Nationalmannschaft der Gehörlosen. Ich fahre jetzt für den Verein GSV Neuwied und ich bin auch in der deutschen Gehörlosen-Ski-Nationalmannschaft dabei. Wir bereiten uns gerade für die Ehren vor. Wir haben jedes zweite Wochenende einen Lehrgang, also halt zum Beispiel Stubai-Gletscher. Und da trainieren wir dann halt die Disziplinen. Und zu Hause mache ich halt Krafttraining im Kraftraum, Wumpftraining, Mountainbike fahren. Skifahren ist natürlich schon genial, aber Ausbildung macht mir auch Spaß, ganz klar. Und auch Katharina Stube kann bereits auf sportliche Erfolge zurückflicken. Sie im Judo-Sport. Die Kfz-Mechatronikerin ist amtierende Rheinlandmeisterin. Ich mache Judo, also mache seit zehn Jahren Judo, habe jetzt einen blauen Gürtel. Ich bin Rheinlandmeisterin geworden, das ist eben halt, dass nur alle Kämpfer aus dem Rheinland kamen. Danach kommt die Südwestdeutsche, da kommen dann noch vier weitere Bundesländer dazu. Und danach kommt die deutsche Meisterschaft, da sind dann immer alle Bundesländer dabei. Ausbildung und intensives Training unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung, bei der auch die Unterstützung durch Familie oder Ausbildungsbetrieb Voraussetzungen für den Erfolg sind. Ob nun im Sport oder im Beruf. KEWAG-Ausbilder Rolf Geiermann zeigt sich zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge, stellt aber auch klar, dass der Beruf an erster Stelle steht. Wir sind mit beiden Auszubildenden zufrieden. Wir haben also keinen Leistungseinbruch durch die sportlichen Aktivitäten festgestellt. Von daher legen wir Ihnen keinen Stein in den Weg. Wir unterstützen Sie im Rahmen der Möglichkeiten, wobei natürlich die Ausbildung erste Priorität hat. Handwerk und Sportler. Wer beim Mittelrhein-Marathon seine persönlich sportlichen Ziele erreichen möchte, kann sich ab sofort für den 10-Kilometer-Lauf des Handwerks im Internet anmelden. www.mittelrhein-marathon.de Mehr Infos zur Veranstaltung am 2. Juni gibt es auch unter www.bessermitmeister.de www.mittelrhein-marathon.de